Musik Hi, mein Name ist Alex aus dem Haus der Jugend und weißt du was? Glück muss nicht immer zufällig sein, nimm dein Glück in die eigenen Hände und veranstalte deinen ganz eigenen Glückstag. Such dir einfach drei Dinge aus, die dich glücklich machen oder andere glücklich machen und zieh sie durch. Musik 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 Und jetzt zeig uns, was macht euch glücklich.